Norco Drayton Gepäckträgeraufsatztasche Top Clip Moderne, urbane Aufsatztasche für den Gepäckträger mit großem Volumen und ausklappbaren Seitentaschen. Robustes Norco Nylongewebe mit textiler Optik und Textur. Formstabile Konstruktion mit Schultergurt. Reflektierende Applikationen. Deckel mit Spannkordel für zusätzliches Gepäck. Reißverschlussanhänger aus Aluminium. Ausklappbare Seitentaschen für zusätzliches Volumen. Großes Hauptfach. Mit Innenfächern. Und Regenüberzug. Robuster gummierter Boden. Klickfix Top Clip Schnellbefestigung, passend für alle gängigen Gepäckträger. Klickfix Top Clip Schnellbefestigung. Untertitelung des ZDF, 2020